So, wir wollen uns diesmal beschäftigen mit einer neuen Komplexitätsklasse, die wir noch nicht näher besprochen haben, nämlich NL. Was NL bedeutet, das wissen Sie bereits, das ist der nicht-deterministische logarithmische Speicher. Das heißt, das sind Algorithmen, die sehr wenig Arbeitsspeicher benötigen, aber die dabei raten dürfen. Und Sie erinnern sich, wie das mit dem Raten funktioniert hat bei den nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Das war immer dasselbe. Wir gehen davon aus, dass eine Berechnung dann erfolgreich ist, wenn es einen Berechnungsweg gibt, der Erfolg hat. Wobei Berechnungswege allgemein sich an die Ressourcengrenzen halten sollten. Das heißt in dem Fall auch, dass sie nur wenig Speicher benötigen, selbst dann, wenn man falsch redet. Das heißt also, die Idee, die Intuition mit dem richtigen Raten ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich vorstellt, dass es tatsächlich exponentiell viele verschiedene Arten gibt, für eine bestimmte Eingabe zu rechnen. Weil man entlang der Zeit, die man rechnet, verschiedene Entscheidungen treffen kann und mit jeder Entscheidung in ein anderes Paralleluniversum verzweigt. Und wenn eine von diesen exponentiell vielen Möglichkeiten zum Erfolg führt, dann wird der Algorithmus Erfolg ausgeben. Okay, also so funktionieren diese nicht-tetamistischen Maschinen und wir wissen, das ist in der Praxis nicht ganz so einfach zu realisieren. Wir müssen in der Regel damit leben, dass wir diese exponentiell vielen Möglichkeiten irgendwie systematisch, vielleicht mit ein paar guten Heuristiken, durchsuchen. Okay, das wollen wir heute also anschauen für NL und das ist ein bisschen eine seltsamere Klasse, ja vielleicht eine, die man nicht gleich so intuitiv versteht, weil sie eben diese niedrige Speicherbeschränkung kombiniert mit diesem Licht-Determinismus. Da muss man erstmal ein bisschen Gefühl kriegen, was die kann. Es wird sich aber herausstellen, so schwer ist das alles nicht. Gut, also damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch und Sie sind bei den Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik im Online-Kurs der TU Dresden. Gut, wir hatten ja bisher überhaupt relativ wenig über speicherbeschränkte Klassen gesagt. Ich hatte mal ein bisschen was über L bemerkt, das kann ich auch gleich nochmal für Sie wiederholen. Aber allgemein kann man schon einiges feststellen bei Speichern, nämlich, dass es insbesondere so ist, dass Speicher eher mächtiger ist als Zeit. Sie sehen, da flackert es ein bisschen, das können wir abschalten. Okay, die Macht des Speichers. Also selbst innerhalb kleiner Speichergrenzen ist sehr viel machbar. SAT zum Beispiel SAT, das Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik, wissen wir, ist ein schwieriges Problem, eines, was NP vollständig ist. Aber man kann es bereits mit linearem Speicher lösen. Wir brauchen also wenig Speicher. Wie kann das sein, obwohl doch so viele verschiedene mögliche Belegungen von Wahrheitswerten betrachtet werden müssen? Naja, wir müssen ja nicht alle Möglichkeiten gleichzeitig betrachten. Es reicht aus, wenn wir die systematisch durchgehen. Stellen Sie sich vor, die Wahrheitswertetabelle hat exponentiell viele Zeilen. Aber der Algorithmus kann natürlich eine Zeile nach der anderen berechnen. Die wahrheitswerte Belegung, die man in jeder Zeile findet, ist ja letztlich nur eine Binärzahl, die man nach oben zählen muss. Und für diese jeweils durch die Binärzahl dargestellte Belegung kann man dann überprüfen, welchen Wahrheitswert die Formel ergeben würde. Und wenn man das gemacht hat, kann man zur nächsten Belegung fortschreiten. Das heißt also, man kann all diese Belegungen anschauen, aber jeweils nur eine davon im Speicher halten. Und das geht also mit linearem Speicher. Ein bisschen Speicher braucht man natürlich auch noch, um die Berechnung selbst durchzuführen, um den Wahrheitswert auszurechnen. Aber das ist auch nicht viel. Also das wird sicherlich noch linear sein. Okay, das heißt, das ist ein exponentiell schweres Problem in der Zeit, zumindest nach allem, was wir wissen. Ja, es ist NP-vollständig, aber trotzdem mit linearem Speicher lösbar. Eine andere Form von linearem Speicher haben wir schon kennengelernt, als wir über formale Sprachen und Automaten gesprochen haben. Da hatten wir nämlich die kontextsensitiven Sprachen uns angeschaut und gesehen, dass zur Erkennung solcher Sprachen es reicht, wenn man linear beschränkte Automaten, sogenannte LBA, benutzt. Und die sind also noch in dem stärkeren Sinne linear beschränkt gewesen. Da haben wir auch grundsätzlich gesagt, dass der Speicher sich nicht erweitern darf, dass man nur die Speichermenge zur Verfügung hat, die der Input selbst schon benötigt hatte. Wir wissen inzwischen, dass das keine so große Einschränkung ist, dass man auch lineare Faktoren trotzdem erlauben kann, da ich ja jedes Zeichen, jede Stelle meines Eingabebandes zum Beispiel doppelt nutzen kann, indem ich einfach ein größeres Bandalphabet nehme, wo in jeder Speicherstelle zwei Zeichen gespeichert werden können, dann habe ich doppelt so viel Speichereffektiv. Das heißt also, bei Turing-Maschinen kann ich, weil das Bandalphabet ja wählbar ist, die Dichte des Speichers beliebig erhöhen, aber eben nur in festen, konstanten Faktoren. Also deshalb ist diese O-Notation hier sinnvoll. Es ist letztlich einfach nur eine lineare Beschränkung und muss nicht genau exakt die Anzahl an Eingabezeichen nur erlauben. Könnte auch das Doppelte oder das Zehnfache oder Millionfache sein. Okay, das waren die linear beschränkten Automaten und die sind gerade für die kontextsensitiven Sprachen zuständig. Auch hier wenig Speicher, starke Rechenleistung. Und ganz allgemein können wir auch erkennen, dass jedes NP-vollständige Problem in polynomiellem Speicher lösbar ist. Wir müssen nämlich einfach nur über alle polynomiellen Zertifikate iterieren und dann den Verifikator auf ihnen ausführen. Wie war das gleich nochmal? Ja, Zertifikate, Verifikator, Sie wissen, NP-vollständige Probleme oder allgemein alle Probleme in NP kann man als die polynomiell verifizierbaren Probleme erkennen. Das heißt, für jede positive Instanz gibt es ein kurzes, polynomielles Zertifikat, mit dem man, wenn man es kennt, mit wenig Aufwand, also mit polynomieller Berechnung, zu dem Schluss kommen kann, dass die Antwort Ja lauten muss. Hier wissen wir nicht allgemein, dass es ein linear großes Zertifikat sein muss. Das davon ist nicht behauptet und wir müssen also allgemein davon ausgehen, es könnte auch größer sein, quadratisch, kubisch, wie auch immer. Aber es ist trotzdem polynomieller. Das heißt, wir können systematisch, wenn wir wissen, wie groß das Zertifikat höchstens sein kann, dann durch alle diese Zertifikate iterieren und bei jedem dann mit wenig Rechenaufwand, mit polynomieller Aufwand prüfen, ob das denn nun ein korrektes Zertifikat war oder nicht. Und das heißt, die Idee ist genau die gleiche wie bei SAT, nur dass die Zertifikate hier eventuell größer sind. Und das ist kein Widerspruch zu der Tatsache, dass SAT NP-vollständig ist. Also man könnte ja hier denken, SAT, ein NP-vollständiges Problem, lässt sich in linearem Speicher lösen. Es ist eines der schwersten NP-Probleme als NP-vollständiges. Und deshalb schlussfolgern wir alle NP-vollständigen Probleme sind mit linearem Speicher lösbar. Das ist falsch, denn NP-vollständigkeit ist ja definiert über polynomielle Reduktionen. Und das heißt, wenn wir ein Problem auf ein anderes reduzieren, können sich polynomielle Änderungen in der Größe ergeben. Und was also linear ist, ist linear bezüglich der polynomiellen Größe des umgewandelten Problems. Es kann also sein, da kommt ein Polynom indirekt mit rein. Wir können also nicht alles auf linearen Speicher abbilden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Zeit. SAT ist natürlich jetzt nur in exponentieller Zeit lösbar, soweit wir wissen. Und damit ist das nicht so kritisch bezüglich der Polynome. Aber auch bei Problemen, die in Polynomierzeit lösbar sind, kann sich der Grad des Polynoms natürlich ändern. Auch zwischen den Reduktionen. Also wenn ich ein Problem auf ein anderes reduziere, dann wird nicht unbedingt das Polynome halten, sondern nur die Polynomialität an sich. Okay, gut. Was ich Ihnen aber hier eigentlich nur sagen wollte, noch ein bisschen Wiederholung jetzt, weil ich so berichte, aber das Wesentliche, was hier erstmal klargestellt werden sollte, ist, Speicher ist stark. Speicher kann eine Menge erreichen und wir sollten mit relativ kleinen Speichergrenzen anfangen, damit wir nicht sofort auf zu starke Ausdrucksstärke kommen, die dann praktisch gar nicht mehr berechenbar ist. Ja, also selbst linearer Speicher ist eigentlich schon so stark, dass wir da in einem nicht mehr Polynomier im Bereich sind, was die Zeit betrifft. Okay, und das ist die Motivation, warum wir mit sehr kleinem Speicher begonnen haben, konkret mit logarithmischem. Logspace L ist die Klasse der Sprachen, die man mit sehr wenig, mit logarithmisch vielen Arbeitsspeicher erkennen kann. Das kann relativ wenig, da hatte ich Ihnen schon mal ein bisschen Intuition dazu angeboten. Man kann im Wesentlichen sich vorstellen, dass das Algorithmen sind, die einige Dinge speichern dürfen. Zähler zum Beispiel können Sie speichern, aber der maximale Wert der Zähler muss polynomiell beschränkt sein. Das ist schon mal mehr, als wir oft in Programmiersprachen zulassen. Wenn Sie programmieren, haben Sie oft einen konstant beschränkten Wertebereich für Ihre Datentypen, nicht einen Polynomiell beschränkten, der größer wird, wenn die Eingabe länger ist. Sondern Sie arbeiten dann mit U64 oder solchen Datentypen, wo Sie also eine bestimmte Anzahl an Bits haben und das ändert sich auch nicht, wenn die Eingabekurse ist. Das ist natürlich deshalb zulässig in der Regel, weil wir davon ausgehen, dass wir nur Eingaben in einem bestimmten praktischen Größenbereich verarbeiten. Also natürlich ist es auch dort so, dass es passieren kann, dass die Zahl zu klein wird, dass Sie einen Überlauf haben irgendwann, aber in der Regel akzeptiert man das in der praktischen Entwicklung, weil man mit festen Zählergrößen besser arbeiten kann, effizientere Algorithmen schafft. Okay, hier darf der Zähler theoretisch zumindest wachsen, muss nicht beschränkt sein, aber es muss eine Polynomielle obere Schranke geben. Er darf also nicht exponentiell weit zählen in Bezug auf den Input. Ebenfalls nutzen darf ich Pointer, auch dass Sie wissen es nur zu lesen der Read-Only-Eingabe-Bad. Das ist natürlich im Prinzip nichts anderes als ein Zähler, der einen linearen Wertebereich hat, den so einen Pointer können Sie einfach als Zahl speichern und dann einen Algorithmus nutzen, der bis zu der entsprechenden Stelle läuft. Okay, gut, das ist also die Art von Dingen, die Sie nutzen können in Ihrem Algorithmus. Und wichtig ist, dass diese Zähler und Pointer, die der Algorithmus verwendet, fest deklariert sind. Das heißt, ich kann nicht die Anzahl der Pointer oder die Anzahl der Zähler abhängig machen von der Eingabe, sondern das ist fest vorgegeben und muss immer so sein, egal wie groß die Eingabe ist. Was kann dann das Programm noch tun? Relativ wenig. Man darf Pointer initialisieren oder auch Zähler auf einen bestimmten festen Wert. Man kann sie inkrementieren oder dekrementieren. Und man kann die Speicherinhalte auf die zwei Pointerzeigen vergleichen oder man kann zwei Zähler miteinander vergleichen oder man kann vielleicht auch irgendetwas anderes vergleichen miteinander. Also solche ähnlichen kleinen Vergleiche auf diesen kleinen Speicherinhalten sind erlaubt. Und dabei kann ich jeweils einen konditional abarbeiten. Also ich darf je nach Ergebnis anderen Code ausführen. Okay. So funktioniert der L. Und optional kann man auch noch sich vorstellen, dass man einen Ausgabestrom hat. Das ist also ein Write-only, Write-once-Strom. Also ich habe ein drittes Band bei meiner Turing-Maschine, auf das ich meine Ausgaben schreibe. Aber ich darf dieses Band nicht durch die Hintertür als zusätzlichen Arbeitsspeicher nutzen. Das wird einfach nur geschrieben und ist dann nicht mehr zugänglich. Okay. Das ist sinnvoll, weil wenn ich Turing-Maschinen habe, die nicht einfach akzeptieren, sondern die etwas umwandeln sollen, dann ist natürlich in der Regel es so, dass selbst die einfachsten Berechnungen erfordern, dass das Ergebnis ungefähr ähnlich groß ist vielleicht wie die Eingabe. Und das heißt, in diesem Fall passt auch das nicht in logarithmischen Speicher. Stellen Sie sich vor, einfach die Aufgabe ist, alle A's im Input durch B's zu ersetzen. Das ist offenbar ganz einfach zu berechnen, sollte keine hohe Komplexitätsklasse haben. Aber trotzdem wird die Ausgabe natürlich genauso lang sein wie die Eingabe. Braucht also zu viel Speicher. Okay. Gut. So funktioniert das also mit L. Und das ist jetzt also die deterministische Variante, über die hatte ich schon mal gesprochen. Und jetzt wollen wir uns diesmal mit NL, also N-Log-Space, den nicht-deterministisch-logarithmischen Speicher beschäftigen. Der ist erstmal so definiert, wie Sie es schon gesehen hatten. Einfach die nicht-deterministische Turing-Maschine mit logarithmischem Speicher. Und das ist etwas, was auch recht einfach definiert werden kann. Genauso wie beim logarithmischen Speicher im deterministischen Fall haben wir hier einfach so ein Log N stehen. Sie wissen, wenn ich das so schreibe, verstecke ich darin immer ein O. Also das heißt, lineare Faktoren sind okay bei der Beschränkung. Aber was hier nicht vorhanden ist, ist irgendeine Art von Polynom und Grad von Polynom. Also Sie erinnern sich, bei Polynomierer Zeit oder bei nicht-deterministisch-polynomierer Zeit haben wir immer hier eine große Vereinigung gehabt über die verschiedenen Zeitschranken, über alle Polynome, linear, quadratisch, kubisch und so weiter. All das ist in Polynomierer Zeit mit drin. Hier beim Logarithmus dagegen machen wir nichts dergleichen. Wir haben einfach nur den Logarithmus von N. Insbesondere nicht das Quadrat des Logarithmus, nicht Logarithmus hoch 3 und so weiter. Das liegt einfach daran, dass die Polynomierer, die in N stehen könnten, wenn sie unterhalb des Logarithmus sind, keinen großen Einfluss haben. Wenn Sie N² logarithmieren, dann ändert sich an dem prinzipiellen Verlauf nicht viel. Das ist letztlich äquivalent zu einem linearen Faktor. Die haben wir ja schon mit der O-Notation, die hier drin versteckt ist, abgedeckt. Okay, also Logarithmen sind Logarithmen und nicht Quadrate von Logarithmen. Die sehen etwas anders aus. Okay, gut. Das ist also die Definition. Nicht-deterministischer Algorithmus, logarithmischer Speicher, ganz einfach. Alternativ kann man sich das auch so vorstellen, wie wir es bei NP gemacht haben. Hier mache ich das mit viel weniger Primborium, werde Ihnen das nicht so genau erklären, aber die Intuition ist genau die gleiche. Sie könnten sich die Klasse NL vorstellen als die Klasse der Probleme, deren Lösung in logarithmischem Speicher verifiziert werden kann. Wie funktioniert das? Ja, im Prinzip wie ein Polynomierer Verifikator bei NP plus logarithmisch speicherbeschränkter Verifikator. Könnte man auch machen. Hätte man ein Zertifikat, was mit der Eingabe mitgegeben wird und dann nur logarithmisch viel Speicher zur Verfügung, um zu prüfen, dass das wirklich ein Zertifikat ist. Die Features bei diesem Prüfen wären die gleichen wie ein L. Pointer, Zähler und wenn Sie die nicht-deterministische Variante wählen, also wenn Sie das direkt mit nicht-deterministischen Turing-Maschinen sich vorstellen möchten, dann haben Sie zusätzlich noch diese nicht-deterministischen Operationen, zum Beispiel setze Pointer auf eine zufällige Eingabeposition. Und wenn ich hier zufällig schreibe, wissen Sie, das ist natürlich nur vage. Es geht hier nicht um Zufall, sondern es geht darum, dass man alle denkbaren Möglichkeiten in Betracht zieht bei der Ermittlung des Ergebnisses. Und unsere Vorstellung ist nur, dass diese Pfade getrennt sind und dass die Turing-Maschine richtig rät. Es gibt übrigens in der Komplexitätstheorie auch Berechnungsmodelle, bei denen man Zufall mit einbezieht. Wo man davon ausgeht, dass man tatsächlich zufällige Schritte durchführen kann, ohne dass man dabei richtig rät oder irgendeine Suchstrategie verfolgt, sondern einfach bloß zufällig irgendwie weiterkommt. Es stellt sich heraus, auch da steckt Rechenkraft drin. Echter Zufall kann unter Umständen etwas bringen. Aber das ist eine andere Geschichte. Darüber sprechen wir ein bisschen in Complexity Theory, wenn Sie diesen Kurs belegen möchten. Da können wir das noch ein bisschen vertiefen. Okay, aber hier geht es eigentlich nicht um Zufall, sondern um eine Suche, bei der wir nicht deterministisch die richtige Abzweigung in unserem Berechnungsbaum nehmen. Okay, nLogSpace. So funktioniert also die Klasse, so ist die Definition an sich. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was könnte man damit anstellen? Was sind interessante, typische Probleme in dieser Klasse? Also, das hilft auch natürlich noch ein bisschen genauer zu verstehen, was man sich darunter vorstellen kann. Und da stellt sich heraus, ein typisches Problem dort ist die Erreichbarkeit. Und wenn man genau ist, eigentlich die ST-Erreichbarkeit, ja, die man in gerichteten Graphen definiert. Warum heißt die ST-Erreichbarkeit? Naja, weil die Eingabe in einem gerichteten Graphen besteht, mit zusätzlichen zwei Knoten, einem Knoten S und einem Knoten T. Und das steht natürlich für Source und Target. Das heißt, wir haben hier Quelle und Senke. Und die Frage ist dann, ob es einen gerichteten Pfad gibt, der von S nach T führt. Gut, das ist also die Aufgabe. Und Sie wissen aus den Grundlagenvorlesungen in den Algorithmen sicherlich, dass man das lösen kann. Ja, das ist machbar. Also, das ist eine gute Erreichbarkeit im Graphen. Da gibt es interessante Algorithmen zu. Und das kann man effizient berechnen. Es stellt sich aber auch heraus, dass es ein gutes Beispiel ist für ein Problem in NL. Also, es stellt sich nämlich heraus, zunächst einmal, dass das Ganze in NL liegt. Dass man also mit so einem nicht-deterministischen Logspace-Algorithmus das prüfen kann. Und Sie erinnern sich, NL ist ja in unserer Hierarchie der einfachen Komplexitätsklassen, die wir hier besprechen, unterhalb von P angesiedelt. Das heißt also, das verschärft sozusagen unser Ergebnis, was wir schon aus den Algorithmenvorlesungen können, dass das also ein polynomiell lösbares Problem darstellt, wenn wir zusätzlich noch sagen können, es ist auch in NL machbar. Okay. Wie könnte das jetzt gehen? Also, es hilft es sich zu überlegen, wie kann man Erreichbarkeit in NL ermitteln? Ja, welche Möglichkeit gibt es da? Und herauszufinden, ob man von S nach T kommt. Und der Algorithmus dazu ist, finde ich, relativ schön. Er ist zunächst sehr einfach und er zeigt auf der anderen Seite auch, wie praxisfern in gewisser Weise die nicht-deterministischen Klassen arbeiten können. Ja, also der Luxus, richtig zu raten, erlaubt uns, Algorithmen zu schreiben, Algorithmen zu konstruieren, die auf Arten arbeiten, die man in der Praxis niemals in Betracht ziehen würde. Weil sie eben ohne ein solches Orakel zum, Orakel sollte ich vorsichtig benutzen, auch das ist ein technischer Begriff in der Komplexität, aber ohne die Möglichkeit richtig zu raten, wären diese Algorithmen völlig nutzlos, würden viel länger brauchen als die, die Sie aus den Algorithmen kennen. Okay, die Idee hier bei diesem Algorithmus soll es jetzt sein, dass wir die Erreichbarkeit von T ausgehend von S dadurch ermitteln, dass wir uns blind durch den Graphen bewegen. Blind deshalb, weil wir, wenn wir einen Pfad von S nach T suchen, uns nicht merken können, welchen Weg wir bisher gegangen sind. Das geht nicht, einfach deshalb, weil der Graph ja die Größe des Inputs hat, das heißt, linear lange Pfade haben kann, selbst wenn ich Wiederholungen ausschließe und so viel Speicher habe ich einfach nicht. Ich habe ja nur logarithmisch viel Speicher, das heißt, ich kann mir normal lange Pfade im Graphen einfach nicht merken, die passen nicht in meinen Arbeitsspeicher. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit für mich, sich zu merken, wo ich hergekommen bin, wie weit ich schon gelaufen bin, kann ich vielleicht mir speichern, das kann ich mitzählen, wie viele Schritte habe ich gemacht, aber ich kann nicht mir merken, welche Knoten ich dabei schon besucht habe. Insbesondere kann ich auch nicht verhindern, dass ich im Kreis gehe. Das ist auch etwas, was man nicht wissen kann, weil ich mir nicht merken kann, was ich schon gesehen habe. Okay, also das kann man sich leicht überlegen, logarithmischer Speicher reicht dazu einfach nicht aus. Und trotzdem kann ich mithilfe des Nicht-Determinismus das Problem lösen, indem ich nämlich einfach einen Pointer verwende, der mir sagt, wo ich mich gerade befinde. Und ich schreibe das jetzt wirklich mal so als Pointer in so einer Pseudocode, damit wir diese Intuition ein bisschen benutzen. Also wir verwenden einen Pointer, soll es natürlich heißen, p auf einen Knoten, ein Knoten in der Eingabe, also der zeigt auf eine bestimmte Stelle im Eingabeband, die einen Knoten im Graphen kodiert. Und wir verwenden außerdem einen Zähler Z. Wozu der da ist, werde ich gleich nochmal diskutieren kurz. Wir initialisieren den Pointer als einen Pointer, der auf S zeigt. Also der Wert des Pointers ist die Stelle, an der S kodiert wird im Graphen. Ich habe schon einen Stern gemacht, ein bisschen C-artiges Syntax hier. Und wir beginnen mit Z gleich 1. Und was wir dann tun, ist in einer Schleife, die keine Abbruchbedingungen braucht, wie wir sehen werden, wir prüfen zunächst, ob der Pointer zufällig auf T zeigt. Dann haben wir plötzlich T gefunden. Und irgendwie müssen wir da hingekommen sein. Am Anfang war es ja noch auf S. Also sind wir irgendwie zu T gekommen, dann akzeptieren wir es. Haben wir einen Weg gefunden. Wir wissen zwar nicht, wie der Weg aussah, aber wir haben es geschafft. Vielleicht ist sogar S gleich T, das ist ja nicht verboten. Das heißt, das könnte ein erfolgreicher Lauf gewesen sein. Falls das nicht passiert, gehen wir in den nächsten Schritt. Dann prüfen wir, ob der Zähler bereits die Anzahl der Knoten in G groß ist. Das können wir machen. Also so einen Vergleich anstellen zwischen der Zahl der Knoten und Z. Das geht in logarithmischem Speicher. Kann man tun. Und wenn also Z diese Größe hat, dann verwerfen wird. Die Idee ist, wenn so viele Schritte schon gemacht worden sind, dann, und wir immer noch kein T gefunden haben, dann scheint es so zu sein, dass T nicht findbar ist. Zumindest haben wir in dem Lauf, den wir hier betrachten, T nicht gefunden. Es gibt vielleicht noch einen anderen Lauf, aber der wird ja durch Nicht-Determinismus dann irgendwie entdeckt. Und wir müssen nichts nicht weitersuchen. An der Stelle können also abbrechen. Das heißt, dieser zweite Schritt hier sichert einfach, dass die Turing-Maschine nicht endlos läuft. Und zuletzt, wenn nichts davon eintritt, also keine Abbruchbedingung, weder positiv noch negativ eintritt, dann inkrementieren wir Z, erhöhen den um 1 und setzen P auf einen nicht-deterministisch ausgewählten Nachfolger des aktuellen Knotens. Also das heißt, wir schauen einfach unter den Nachfolgern, welche gibt es da, und wählen davon nicht-deterministisch einen aus. Das kann man in NL tun. Das heißt, der Algorithmus ist sehr einfach. Wir beginnen mit S und laufen in jedem Schritt blind in irgendeine Richtung weiter und prüfen, ob wir zufällig angekommen sind. Und wenn uns das nach einer bestimmten Anzahl Schritte nicht gelungen ist, dann geben wir auf. Und wir wissen aber, da die nicht-deterministische Maschine alle Möglichkeiten betrachtet, wird es sichergestellt sein, dass, falls es überhaupt einen Weg nach T gibt, auch einer dieser Läufe tatsächlich in jedem Schritt die richtige Abzweigung nimmt, um am Ende zu T zu gelangen. Und ansonsten, wenn keiner das schafft, dann ist T nicht erreichbar. Also das ist eine Art, wie man NL-Algorithmen verwendet. Und Sie sehen, das ist sehr unintuitiv. So würden Sie eine Graphsuche sicherlich nicht implementieren. Das ist wie, wenn man irgendwie im Nebel, im Wald steht und keine Möglichkeit hat, zu wissen, wo man herkommt und wo man hingeht und immer nur den nächsten Schritt macht und gleich vergisst, was man vorher gesehen hat. Also etwas, was erstmal nicht praktisch erscheint, aber was mit diesen nicht-deterministischen Turing-Maschinen immer eben geht. Okay. Das ist also ein Algorithmus für Erreichbarkeit in NL. Und es zeigt sich auch, dass ST-Erreichbarkeit typisch ist für NL als Komplexitätsklasse in dem Sinne, dass es ein NL-vollständiges Problem darstellt. Und um das zu erklären, müssen wir zumindest kurz mal einführen, was NL-Vollständigkeit ist. Im Prinzip gibt es da nicht viel Neues für Sie. Das kennen Sie schon. NL-Schwere wird zunächst definiert, so ähnlich wie wir es schon bei NP gemacht hatten. Wir verwenden aber jetzt statt polynomiellen Reduktionen Logspace-Reduktionen. Logspace-Reduktionen, das waren eben Berechnungen, die man in logarithmischem Speicher ausführen kann mit einem Ausgabestrom, in den man schreibt. Das heißt, das ist jetzt wichtig. Ich hoffe, Sie verstehen und erinnern sich, warum das wichtig ist. Wenn Sie polynomielle Reduktionen hier verwenden würden, dann wäre das Ganze trivial. Das ist also etwas, was wir schon bei NP diskutiert hatten. Wenn es sich herausstellen sollte, dass das P gleich NP ist, dann würden fast alle Probleme NP schwer sein, die man überhaupt in NP findet. Und das liegt einfach daran, dass die Reduktion dann stark genug wäre, um das Problem zu lösen und ein Ergebnis zu produzieren, was die Antwort direkt kodiert. Das heißt, man kann fast alle Probleme auf fast alle anderen NP reduzieren, sofern Sie überhaupt zwei verschiedene Antworten zulassen. Und so geht es uns hier mit Logspace auch. Wenn wir hier polynomielle Reduktionen verwenden würden, dann könnten wir das NL-Problem direkt mit der Reduktion lösen. Und das würde also nicht viel über die Schwere ausgesagt werden. Okay, wir verwenden also besonders schwache Reduktionen, Logspace-Reduktionen, die nach allem, was wir wissen, weniger können als das, was NL zulässt. Und wir können dann sagen, ein Problem ist NL schwer, wenn jedes Problem in NL auf dieses schwere Problem Logspace reduzierbar ist. Also genau das gleiche wie bei NP. Die schwersten Probleme oder die universellen Probleme in NL nennt man NL schwere Probleme. Oder die universellen Probleme für NL, die also in der Lage sind, jedes andere NL-Problem zu lösen in dieser universellen Art. Und NL-Vollständigkeit ist dann einfach die Kombination von enthalten sein in NL und schwer sein für NL. Das ist das gleiche wie NP. Also hier Intuition, NL-Vollständig-Probleme sind die schwersten in NL. Okay. Das ist also NL-Vollständigkeit. Und alles, was Sie über NL-Vollständigkeit gelernt haben, ist ähnlich da, wie gesagt, so anwendbar. Wir gehen einfach nur mit allem eine Stufe tiefer, sozusagen. Und es zeigt sich jetzt eben, dass in diesem Sinne von NL-Vollständigkeit das Erreichbarkeitsproblem, das ST-Erreichbarkeitsproblem, was ich Ihnen vorher erklärt hatte, NL-Vollständig ist. Und das ist in gewisser Weise das typische Problem für NL-Vollständigkeit. Man kann sagen, dadurch, dass die Klasse so einfach ist, ist eigentlich jedes NL-Vollständige-Problem im Wesentlichen eine Abwandlung des Erreichbarkeitsproblems. Also die allerallermeisten Dinge, die Sie für NL antreffen oder die NL-Vollständig sind, sind letztlich solche Erreichbarkeitsprobleme mit leichten Umformungen. Also man hat eben durch die Logspace-Reduktion nicht allzu viele Möglichkeiten, Dinge umzustellen. Man kann ein paar syntaktische Dinge machen, aber man kann nicht viel umrechnen. Man kann nichts Kompliziertes tun. Und es stellt sich heraus, die typischen Probleme haben alle so ein bisschen dieses Gefühl von Erreichbarkeit, sage ich mal. Also dass man irgendwie Pfade hat, die man propagiert oder dass man irgendwelche anderen Propagierungsalgorithmen verwendet. Wichtig bei Erreichbarkeit ist, dass es immer nur darauf ankommt, an welchem Ort sie gerade sind. Also das ist zum Beispiel anders als polynomielle Erfüllbarkeit von Horn-SAT. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Also Erfüllbarkeit von aussagenlogischen Formeln, die auf Horn-Logik beschränkt sind. Da habe ich solche Sachen wie A und B impliziert C. Das könnte ich ja auch mir wie eine Erreichbarkeit vorstellen. Wenn ich es schaffe, zu A zu kommen und zu B zu kommen, dann kann ich auch zu C kommen. Aber dieses Und, das macht einen großen Unterschied. Also wenn ich zwei Voraussetzungen brauche, um weiterzukommen, dann ist das schon nicht mehr so einfach, wie man das in NL braucht. Nach allem, was wir wissen, wie immer. Sie wissen, wir wissen vieles auch nicht in der Komplexitätstheorie. Aber im Prinzip, ein NL-Algorithmus hat nur Implikationen der Form, wenn A, dann B. Also wenn Sie bis A gekommen sind, dann können Sie auch bis B kommen. Und wenn Sie bis B kommen, dann können Sie vielleicht auch bis C kommen. Und irgendwann kommen Sie zu T und das ist dann Ihr Ziel. Also solche Dinge können Sie tun in NL, aber es darf nichts kombiniert werden. Es darf nicht größer sein. Es geht immer nur um Pfad. Das ist meine Intuition, die ich Ihnen da geben kann. So viele solche Probleme werden wir ansonsten nicht weitertreffen. Interessanterweise gibt es auch Gegenbeispiele und das ist das, was hier noch auf der Folie steht. Erreichbarkeit in ungerichteten Graphen, das heißt in Graphen, bei denen die Richtung keine Rolle spielt oder in gerichteten Graphen, bei denen jede Kante auch in die Gegenrichtung existiert, ist auch in NL mit dem gleichen Argument. Aber, soweit wir wissen, nicht NL schwer. Denn dieses Problem liegt in L. Also sobald Sie Erreichbarkeit in ungerichteten Graphen betrachten, kommen Sie runter in Logspace. Das ist ein Ergebnis, was noch nicht allzu lange her ist. Das hat Rheingold in 2005 herausgefunden und veröffentlicht. Und seitdem wissen wir, dass das also ein einfacheres Problem ist. Okay. Und das ist nicht trivial, das zu sehen. Also das ist jetzt nichts, was ich Ihnen schnell argumentieren könnte. Okay, gut. Das also diese beiden Beispiele. Und Sie sehen auch, man muss aufpassen, wenn man Erreichbarkeit sagt in Graphen, dass man sehr präzise ist, welche Graphen das sind und was für eine Art von Erreichbarkeitsproblem vielleicht. Weil es da subtile Unterschiede gibt. Ja, schon kleine Abwandlungen in der Definition können die Komplexität verändern. Und deshalb eben sagt man oft ST-Erreichbarkeit, um das nochmal zu unterstreichen, welche Art von Erreichbarkeit man verwendet. Okay. Eine letzte Folie in diesem Video. L, NL und QNL. Ja, Sie erinnern sich, es gibt zu jeder nichtdeterministischen Klasse eine Komplementärklasse. Wir wissen, bei nichtdeterministischen Klassen gibt es Zertifikate für die positiven Instanzen. Also für die Ja-Antworten gibt es kurze Begründungen, die man verifizieren kann. In unserem Fall eben logarithmisch verifizieren. Und es gibt aber auch das Komplement davon. Das sind also die Sprachen, die genau aus den Instanzen bestehen, die nicht in einer bestimmten NL-Instanz in diesem Fall liegen. Ja, also wenn ich die Komplemente bilde, also Ja und Nein als Antwort bei unserem Entscheidungsproblem austausche, habe ich auch wieder ein Problem, aber es ist nicht unbedingt in der gleichen Klasse, außer der Komplementärklasse. Wir hatten das schon bei NP besprochen, QNP gab es da auch. Und auch da war es so, dass man in diesen Fällen also Zertifikate hat für Instanzen, die nicht in der Klasse liegen, aber nicht unbedingt Zertifikate findet für die Fälle, in denen etwas in der Klasse liegt. Also genau umgekehrt alles gespiegelt. Das liegt daran, dass Nichtdeterminismus, so wie wir es definiert haben, eine asymmetrische Eigenschaft ist. Also die Akzeptanz gewinnt bei nichtdeterministischen Turing-Maschinen immer, wenn eine von den vielen exponentiell vielen möglichen Berechnungen zur Akzeptanz führt, dann wird die gesamte Eingabe akzeptiert, auch wenn noch so viele andere nicht akzeptieren. Das heißt, Akzeptanz ist stärker als Nichtakzeptanz. Und wenn ich das komplementiere, hätte ich sozusagen ein Algorithmenmodell, ein Berechnungsmodell, bei dem man es genau umgekehrt definiert, bei dem man sagt, ja, die Nichtakzeptanz gewinnt. Und wenn auch nur ein einziger Weg fehlschlägt, dann schlägt die ganze Berechnung fehl. Kann man machen. Hat man sozusagen ein anderes in Co-Nichtdeterminismus als Turing-Maschinenmodell. Und damit bekommt man dann die entsprechenden Co-Klassen. Okay. Wir hatten auch gesagt, wenn es deterministisch ist, brauchen wir das alles nicht so kompliziert machen. Im deterministischen Fall ist Co und Nicht-Co immer das Gleiche. Man kann leicht komplementieren. Man hat ja ohnehin nur einen Berechnungspart und damit ist die Bedingung symmetrisch. Und es gibt da keinen Unterschied zwischen der Sicht, wo man akzeptiert, und der Sicht, wo man verbaut. Okay. Gut. Wie ist es also jetzt in diesem konkreten Fall? Wir haben ja mit NL eine nicht-deterministische Klasse. Das heißt, es gibt eine Komplementärklasse, CoNL. Und wir haben natürlich die Klasse L ohne den Nicht-Determinismus. Und wir wissen, dass da das speicherbeschränkte Klassen sind. Es gibt diesen berühmten Satz von Walter Savage, der uns schon gesagt hat, dass man bei P-Space, also bei Polynomium speichert, diesen Unterschied überhaupt nicht braucht. Da war N-P-Space und P-Space das Gleiche. Und damit auch natürlich N-P-Space und CoN-P-Space. Also da P-Space und Co-P-Space dasselbe ist und wir Co auf beiden Seiten davor schreiben könnten, bekommen wir dann über die Gleichheit auch, dass N-P-Space und CoN-P-Space das Gleiche sind. Also bei Polynomium im Speicher sind all diese Klassen gleich und wir haben überhaupt keinen Grund, das zu unterscheiden. Wie ist es bei logarithmischem Speicher? Können wir da die Ideen von Savage nicht auch anwenden? Und es stellt sich aber heraus, Savages Ergebnis, wenn man es genau nimmt, ist eben nicht, dass N wegfallen kann vor jeder Speicherklasse. Sondern Savage sagt hier lediglich, dass man die Berechnung einer nicht-deterministisch speicherbeschränkten Turing-Maschine deterministisch simulieren kann mit quadratischem Mehraufwand. Also das ist das, was er sagt. Und quadratischer Mehraufwand, das macht nichts, wenn ich einen polynomialen Speicher schon habe. Also polynomiell habe ich ein Polynom, das beschränkt meinen Speicher, quadriere ich das Polynom, habe ich immer noch ein Polynom, ist immer noch in P-Space. Bei logarithmischem Speicher sieht das aber anders aus. Ich kann mit diesem Ergebnis lediglich herausfinden, dass NL in der Klasse ist, die ich so beschreiben könnte. Also deterministischer Speicher zum Quad, beschränkt mit dem Quadrat eines Logarithmus. Und ich schreibe hier das Quadrat neben die Log-Funktion, um zu verhindern, dass man das falsch liest und glaubt, ich bilde den Logarithmus von N². Das wäre, wie schon gesagt, nur ein linearer Faktor. Aber wir wollen hier den Logarithmus von N bilden und dann quadrieren das Ergebnis. Und diese Speicherbeschränkung ist eine andere als die, die man in L oder NL zugrunde legt. Das heißt, ich habe zwar so eine Inklusion, aber daraus folgt eben noch nicht, dass NL auch in L ist. Das heißt, Savage reicht nicht aus, um diese Klassen zusammenzubringen. Und bisher hat auch niemand was Besseres gefunden. Also das Ergebnis von Savage steht immer noch als das optimale allgemeine Ergebnis. Nach dem, was wir wissen, hat auch keiner geschafft, das Quadrat auf 1,5 runterzubringen oder auf 1,97 oder so etwas. Das ist unklar. Das ist aber auch natürlich, wir wissen auch nicht, ob das nicht geht. Auch wieder so ein Fall, wo etwas unbekannt ist in der Komplexitätstheorie in der Informatik. Okay, das heißt also, wir müssen erstmal damit Vorlieben nehmen, dass die Klassen sich unterscheiden könnten. L, NL und QNL. Savage zumindest rettet uns hier nicht. Überraschenderweise weiß man dennoch, dass NL und QNL gleich sind. Und das ist in gewisser Weise, das ist überraschend jetzt an der Stelle, denn wir wissen, dass man deterministische Klassen gut komplementieren kann. Aber wir wissen hier in dem Fall nicht, ob die Klasse mit der deterministischen Klasse zusammenfällt. Und dennoch wissen wir, dass man sie komplementieren kann. Wie geht das? Eine nicht-deterministische Klasse komplementieren ist schwierig, das wissen wir. Wir haben ja bei dem Komplementieren normalerweise akzeptierende und nicht akzeptierende Endkonfigurationen irgendwie vertauscht. Aber wenn es viele davon gibt, hatte ich ja gerade erklärt, wegen dem nicht-deterministischen Berechnungsmodell, kann es sein, dass das eben nicht zu einer Vertauschung der Antwort der Turing-Maschine führt. Also wenn ich einige akzeptierende und einige nicht akzeptierende Läufe habe und ich vertausche die beiden Bedingungen, dann habe ich immer noch einige akzeptierende und einige nicht akzeptierende Läufe. Das heißt, das Ergebnis hat sich nicht geändert. Ich habe nicht Ja zu Nein gemacht, sondern ich habe Ja zu Ja gemacht. Das heißt also, mit solchen einfachen Mitteln kommt man ja nicht vorwärts. Und das war auch tatsächlich lange Zeit, über mehr als zehn Jahre auf jeden Fall stand das als offenes Problem. Und es war unklar, ob man das jemals lösen würde, wie viele Probleme in der Komplexitätstheorie. Und dann plötzlich in einem Jahr haben zwei Menschen unabhängig voneinander zur gleichen Zeit das Problem gelöst. Und unabhängig kann man hier wirklich sagen, Neil Immermann ist Amerikaner und dort sehr angesehen auch theoretischer Informatiker mit zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiet. Wohingegen Tjelab Cheney, Informatikstudent, im dritten Semester gewesen ist zu der Zeit, als das rausgekriegt hat. Und zwar in Brünn. Und ja, hat das dann aufgeschrieben und veröffentlicht. Was er jetzt macht, weiß ich nicht. Ist nicht theoretischer Informatiker geworden jeweils, jedenfalls. Aber Sie sehen, man kann auch im Grundstudium schon interessante Dinge herauskriegen. Und das nennt sich also heute auch zu den Ehren dieser beiden Personen das Immermann-Cheney-Theorie, dieser Satz. Okay, Sie können sich vorstellen, das ist wie gesagt nicht ganz so einfach. Die Idee ist auch ein bisschen komplizierter, würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Machen wir auch in Complexity-Theorie. Die Grundidee ist, dass man sich sehr vorsichtig an diesen Erreichbarkeitsalgorithmus herantastet. Also es wird tatsächlich dadurch gezeigt, dass man zeigt, dass Erreichbarkeit oder dass Nicht-Erreichbarkeit in NL gelöst werden kann. Ja, wir wissen, Erreichbarkeit ist ein vollständiges Problem. Und das eignet sich also gut, wenn man dafür was zeigen kann. Dann gilt es für alle Probleme in diesen Klassen. Und der Beweis funktioniert wirklich so, dass man zeigt, dass Nicht-Erreichbarkeit in gerichteten Graphen in NL entschieden werden kann. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wie dieser Algorithmus funktioniert hat, ist das schon überraschend. Ja, also das war ja der Algorithmus mit Weg suchen im nebligen Wald. Ja, Sie gehen jetzt dauernd immer wieder einen Schritt weiter, vergessen völlig, wo Sie hergekommen sind und schauen, ob Sie irgendwann zufällig ans Ziel kommen. Und jetzt sollen Sie die gleichen Möglichkeiten verwenden, also nicht deterministisches raten und die Möglichkeit, sich zu merken, wo Sie gerade sind und viel mehr nicht. Zähler vielleicht noch. Und sollen das benutzen und auf diesem Wege sicherstellen, dass ein bestimmter Ort nicht erreichbar ist. Es gibt irgendwie diesen einen markierten Baum im Wald und Sie wollen sicherstellen, dass es unmöglich ist, diesen Baum zu erreichen oder dass es so einen Baum nicht gibt im nebligen Wald. Und alles, was Sie tun können, ist ohne Kenntnis des Weges und der Richtung jetzt mal einen Schritt weiter gehen. Das ist schon seltsam. Wie funktioniert das? Wie kann das klappen? Wie gesagt, das machen wir in Complexity Theory. Die Idee ist, dass man sich sehr, sehr vorsichtig annähert und genau Buch darüber führt, wie viele Knoten man erreichen kann in einem Weg bestimmter Länge. Weil eine gewisse Sicherheit habe ich ja am Anfang. Wenn ich anfange, stehe ich an einem Baum, an einem Knoten und da weiß ich garantiert, das ist der eine Knoten, an dem ich bin. Und ich kann auch mit Sicherheit sagen, welche Knoten von diesem einen aus erreichbar sind. Da gibt es keinen Nicht-Determinismus. Da kann ich einfach alle durchschauen. Da weiß ich, ob der Zielknoten darunter ist oder nicht. Das heißt, so eine gewisse Sicherheit habe ich. Aber sobald ich weiter in den Wald gehe, muss ich mir irgendwie Sicherheit darüber verschaffen, dass ich keine Knoten, keine Bäume verpasse. Und das ist ein bisschen schwierig, aber auch gar nicht so schwierig. Also es war nur die richtige Idee, die man da haben musste. Und überraschenderweise hatten die beiden das gleichzeitig. Okay, gut. Das soll genug sein jetzt über NL. Die Intuition haben Sie hoffentlich gesehen. Und damit haben wir jetzt auch die unterpolynomeren Klassen, die ich hier in den Videos besprechen wollte, besprochen. Was ich weiterhin tun will, ist mich den etwas schwereren Problemen widmen. Ja, auch noch schwerer als NP. Was gibt es da überhaupt noch? Wie funktioniert das? Was ist da die Intuition? Das sehen wir dann ab dem nächsten Video, wenn wir uns mit PSPACE beschäftigen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.